Hallo, ich bin's, euer Tim und wir machen, heute machen wir eine Challenge, mache ich eine Challenge beim Berkel und jetzt eine Kuchen-Challenge. Ja, hier, wir zeigen jetzt Ihnen den Kuchen. Den Kuchen? Okay, wir erstens den Kuchen ganz aufgegessen, also auch mit dem Mundende. Die Bestrafung denken wir uns dann aus, das zeigen wir euch auch noch in diesem Video. Hallo, ich weiß nicht, was wir machen sollen, ich sag mal guten Appetit und go. Eine schmeckt, ich muss auch machen. Ey, das schmeckt gut. Warte noch ein bisschen auf mich. Ahm. Ich bin ein absoluter Bezieher. Warte mal auf mich. Ahm. Warte mal auf mich. Boah, das kann ich auch nicht so sagen. Au. Boah, das ist voll. Hm. Leg dich mit Mühe nicht in den Weckessen an. Ach komm. Trock'n. Mama. Ach, zu trocken, gell? So. Warte mal, letztes Stück. Was heißt denn Kuchen, ist mir egal. Ah. Oh. Ja, Tastenkramm. Hm, hm, hm. Ich hab die Brummeln. Warte jetzt. Oder du tust, ähm. Warte die Bestrafung. Ich hol sie mal. Hi. Äh. Traust du hier fest? So, Leute, er hat verloren und jetzt muss er. Pferf ist. Und ich Bier? Ja, das ist ja so. Der Strafung möchte ich als Sext. Na? Ähm, nicht so aus dem Nachmachen. Berg hinein, kein Fett. So, so wenig, okay? Ja, die Fett. Das soll nicht die Bestrafung sein. Aber es ist nie. Einmal durchlecken, einmal lecken so. Ähm. Köln uns zu. Genau. Okay. Cut!